Willkommen in Höfingen bei der einzigen Malermeisterin im Altkreis Leonberg. Irmgard Koch überzeugt ihre Kunden durch weibliches Einfühlungsvermögen und eine große Bandbreite an Kompetenzen. Von klassischen Malerarbeiten über Fassadenrenovierung mit Vollwärmeschutz, die Verlegung von Bodenbelägen bis hin zum Trockenbau. Sorgfalt und Umsicht sind für Irmgard Koch bei jedem Auftrag höchste Prinzipien. Vollwärmeschutz von A bis Z, immer mit vorrangig umweltverträglichen Produkten. Außer Styropor werden auch andere Stoffe verarbeitet wie Steinlamelle oder Glaswolle. Und in allen Bereichen schätzen die Auszubildenden den ruhigen und geduldigen Führungsstil der Chefin. Irmgard Koch kennt sich aus mit Böden jeder Art, egal ob Parkett, Teppich, Laminat oder Linoleum. Gardinen werden auf Wunsch nach individuellem Maß angefertigt. Auch auf dem Gebiet Trockenbau sind Deckenabhängungen mit integrierten Beleuchtungslösungen kein Problem. Ebenso gehören Tapezieherarbeiten zum Leistungsspektrum, ob im Retro-Look oder modern. Malermeisterin Irmgard Koch – mit Herz und Umsicht für Sie im Einsatz.